ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu empire earth und ach verdammt ich muss noch mal ganz kurz hier kleinen schnitt machen weil es hängt gerade also willkommen zurück zu meinem let's play zu empire earth und wir waren ja beim letzten mal hier wird dieser mit den deutschen hier in dieser bei den franzosen wieder angekommen und wir schießen jetzt ihm hier wieder seine bombe ab ganz genau leute wir uns nämlich hier wieder die ganze zeit nerven mit seinen bombern und das lassen wir aber nicht zu ganz genau und wir müssen uns hier wieder aufbauen wir brauchen nämlich alles an sachen was wir kriegen können wir waren im krieg gegen moment ich zeige es euch kurz wir waren hier im krieg gegen paris nie hier montillier perrona und roi genau leute diese drei städte müssen wir erobern wir sind das deutsche preußische reich und da würde ich sagen sammeln wir mal wieder unsere einheit wir brauchen weitere wochen wir nicht okay schon mal gut sehr gut wir bauen weitere panzer die körper immer gebrauchen wird ach verdammt noch mal ich hasse dass dieses unbewachte gebäude das ist doch so bescheuert wirklich aber gut wir werden hier wieder angegriffen ja das sind luftkämpfe die gewinnen wir aber los macht die platt ja sehr gut macht die platt die flieger nachdem kaputt was wird es hier nach ja ein darf boy oder sowas ok leute dann französische städte ja wir haben eine schon erobert waren beim letzten mal hier unten dran aber er hat ja wieder tausende artillerie und was fliegt hier schon wieder rum jäger ok hallo ja gut dann baller die halt ab aber ist okay dann bleibt man hier stehen bitte und wer kann man bitte hier reingehen macht mal bitte stellung halten jetzt das ist ja wirklich sehr wirklich nervig so macht die marsch jetzt werden wir hier oben an der hat mit bürger von mir erledigt der penner der bürgermörder mann 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 gut macht den kaputt oder was machst du denn da noch verdammt gut ich brauche die jäger wieder ein bisschen mehr zurück gut dann brauchen wir noch mal ein paar was macht er da schick mal ein bomber dahin schick mal ein bomber dahin einfach so weil ich kann und dann kann er seine bomben da abschmeißen ganz genau leute das war das flugfeld so er kann das mal reparieren was versucht er denn schon wieder hier unten ich habe ihn doch da gesehen so der bürger der hat hier fleißig zu tun wie ihr seht versucht das da mit seinem dach boys schon wieder die bringen doch nichts bringen nichts gegen türme wirklich nicht das ist jetzt aber mal dreist leute das ist jetzt reist so sehr schön alle platt machen los machte kaputt die flieger hier luftkämpfe so der da weg braucht du scheinige die haben so vieles so viel scheiße an flugzeugen ne so ist da was geht mal hierhin helft denen mal da die brauchen ein bisschen unterstützung die die lufteinheiten hier los ihr solltet kaputt machen so macht die im arsch blöden jäger so da versucht es mit bombern platt machen und direkt platt machen oh gott sei dank gott sei dank auch raus das ist immer so gemein wenn ich eine anti flugzeugeinheit habe und der kommt dann mit mannequin das ist immer so gemein aber gut leute euch weitere partisanen ja macht ihr halt platt so jetzt haben wir auch hier ein bisschen mehr chancen in den ganzen luftkämpfen hier genau zack und zack abgeschossen und abgeschossen und ach du heilige ach du kacke das sind ganz schön viele ja Leute freut mich dass ihr immer wieder hier dabei seid bei empire earth äh er versucht das wieder mit nem bomber ja kann er gerne versuchen wir werden angegriffen so was versucht er jetzt hier schon wieder das kann er vergessen und das hier auch oh oh scheiße ah es ist übel so der ist fertig hat er da oben die erledigt der bomber ich hoffe mal hat er da die erledigt so mach mal ein bisschen mehr schaden und fliegt mal ein bisschen weiter hat er die erledigt er hat sie erledigt sehr gut alles klar cool ok Leute dann würde ich sagen bau weitere geschütze mal bitte und weitere Panzer ah ne dem Panzer der muss da bleiben so äh weitere Panzer wir werden angegriffen warum oh kein Eisen warum hab ich kein Eisen warum hab ich kein Eisen ich hab doch hier 6 beim Eisen ach Leute ihr mit euren scheiß Flugzeugen könnt ihr mal aufhören so mein Gott dann bauen wir weitere Maschinengewehre ey das sind echt gut die Dinger hat der meinen Bürger abgeknallt hier das kann ja wohl nicht sein hey das hab ich doch ja ja genau ich wollte schon sagen Leute das hab ich doch gebaut hier die hätten echt meinen Bürger geklaut unfassbar ey unglaublich dieser Penner mit seinen scheiß Bombern da alle wegmachen los abschießen boah halt viel Ausdinger ne so dann mach hier das war's dann dann ah ne mach erst das und dann das so sehr gut achso ja gut abschießen sehr gut äh alles klar weitere Panzer bitte und weitere Partisanen Panzerabwehrgeschütze jede Menge so naja wobei das ist zu viel zu viel ach das ist doch jetzt nicht wahr hat da schon wieder ein Bürger von mir abgeschossen dieser Penner so weiteren Bürger ey jetzt hör mal auf hör mal auf die unschuldigen Leute hier Platz machen aber das sind ja typisch Franzosen oberfeige hier oberfeige die Franzosen aber gut dann mach hier noch äh das und das oh Gott abschießen bitte alle abschießen boah sehr gut ey zum Glück hab ich hier die tausende Flax stehen äh äh geh mal rein geh mal rein geh mal wieder ins Krankenhauspanzer so dann muss ich jetzt den Bürger hier schützen Mensch so alles klar oh wir haben ein Bevölkerungslimit erreicht so abschießen 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 so sehr gut lass die Frau beschütz die Frau so Leute dann sagt erst mal bitte Team 1 und kommt mal hier runter so versuch ich das jetzt nochmal so einfach draufschießen einfach draufschießen auf die Kacke da was da hat er wieder einen Bomber gehabt ne der Sack so der hat jetzt einen scheiß Flugzeug ne das ist echt nervig das ist echt nervig vor allem dieser Bomber abschießen los und den hier auch und den da auch schieß den ab da so okay gut zum Glück hat er nicht geschmissen der Blödmann ach Leute ihr nervt Artillerie ach ach zwei Bomber und wieder meine ganze Armee weg toll wirklich toll ey der mit seinem scheiß Flugfelder ne das geht mir so auf die Nerven aber gut Leute die Artillerie steht da links das ist in Ordnung mach diese scheiß Flugfelder weg so so und den Bomber bitte abschießen mhm boah das ist schon wieder so viel an Bombern das ist schon wieder so viel an Bombern schaut euch diese Kacke an ey da kommen wieder zwei Bomber und dann sind wieder die ganze Armee weg toll Leute irgendwie super ähm ja da brauche ich echt jede Menge Jäger Jäger gib mir Jäger los es reicht wieder nicht der soll mal seine eigenen Flugfelder abballern wie wärs denn damit der soll mal seine eigenen Flugfelder abballern wie wärs denn ja genau genau so ach das ist so eine Übermacht von den scheiß Fliegern da ne da kommt man zurück so wo ist die Frau die Frau haben sie wieder abgeknallt ich glaub's nicht ich glaub's nicht unglaublich oder unglaublich wenn sie einem immer hier die Armee weghauen nur wegen Kackbombern muss hier echt mehr mit Flugzeugen agieren merke ich gerade hey Bodeneinheiten bringen nicht mehr so viel so kaputt machen so und hier auch bitte helft ihm doch mal britische Flieger das sind britische Flieger äh okay es sind noch nicht mal Franzosen okay interessant mach den kaputt los es sind immer so viele ne das ist so blöd es sind immer so viele ja es sind viele Leute es sind echt viele Flugzeuge die da hat Partisanen gib mir jede Menge Partisanen ja Leute so so hängen wir hier so ein bisschen fest gerade weil wir einfach nicht ja nicht weiterkommen weil hier auch irgendwie das Eisen fehlt ne oh es gibt hier mehr Eisen puh das ist schon echt schwierig gerade ich muss einfach mehr mit Flugzeugen agieren beziehungsweise mit ja eigentlich mit Partisanen ne aber die Partisanen die kosten halt auch Eisen ja das ist boah das ist so viel was der hat es ist so viel verdammt ach Gott gut ich habe kein Eisen mehr was ist gerade ein bisschen doof na kriegen wir schon irgendwie hin so dann bauen wir hier Panzerabwehr weitere Panzerabwehr einfach Panzerabwehr einfach abballern die Kacke so verdammt nochmal das Bürger baut endlich diesen Turm auf danach hier den so kommt er mit seinen Minifliegern da das ist so nervig das ist so nervig ich sage euch muss man sich total konzentrieren ja ja das kommt man noch nicht mal zum Quatschen weil es einfach so heftig ist was hier gerade passiert so jetzt knallt mir nicht wieder die Frau ab auch das ist doch nicht wahnsinn der knallt immer die Frau ab unfassbar schießt ihn doch ab was soll denn das das ist ganz schön nervig muss ich ganz ehrlich sagen also das ist echt mies so mach Frau reparier es bitte endlich diesen Turm der Turm ey meine Güte so einfach weiter einfach weitere Panzer hier so mach den kaputt den Jäger das soll er mal versuchen ganz ehrlich er hat so viel fliegt er hat so viel Fliegerscheiße das ist unfassbar mach mal die Reichweite auch jetzt kommt er wieder mit jetzt kommt er wieder mit Manneken scheiße an hör auf meine Frau abzuballern boah der ist so feige ne ist unfassbar gut dann macht ihr erstmal bitte die Dinger da kaputt da freu ich es da bau das wieder auf verdammte Scheiße so ich glaube das ist gar keine schlechte Idee wenn ich nur die Panzerabwehr und Partisanen baue das ist gar nicht mal so schlecht die Panzerabwehr und Partisanen Leute gut die Panzerabwehr und Partisanen ja gar keine schlechte Idee wirklich wow der Turm ist fertig oh mein Gott ich bin begeistert so lass die Frau in Ruhe so ist das ein Arsch der scoutet mich mit Jägern und ja gut Leute abschießen abschießen sofort oh der Bomber okay ja gut egal guter Bomber das ist ein Jägern ein reiner Jäger ja ja Leute da komme ich schon an meine Grenzen bei dieser Mission beziehungsweise generell bei dieser Kampagne weil das ist ja irgendwie anscheinend echt übel hier gemacht äh mit den Flugzeugen ja das ist mit den Flugzeugen das ist echt heftig so macht die im Arsch ach die haben die Frau wieder ermordet das ist unfassbar ne was für Frauenhasser dabei sind unglaublich also sie könnten in der heutigen Welt nicht überleben mit der Einstellung ne absolut nicht so weitere Panzerabwehr doch nochmal ey so wobei die gehen auch wegen die Fliegen kaputt wenn ein Bomber mal trifft ne das ist irgendwie ja meine Güte ey Partisan kommt mal her kommt mal her bitte helft mal ein bisschen aus Stellung halten und zack bleibt mal bitte so da stehen die machen zwar echt guten Schaden gegen Flugzeuge aber halt nicht gegen ja gegen normale Einheiten das ist ja muss ich gleich mal gucken wie ich das mache mit den normalen Einheiten aber dafür ist ja die Panzerabwehr da so wir haben Bevölkerungslimit gut ihr macht mal bitte den Weg frei was Flugzeuge angeht hier so mach mach so wie die Volksbanken und mach den Weg frei Partisanen hier zack 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 ratatatatat so weiter geht's hier und ihr bitte auch hier runter so aha so einfach durch einfach durch ey so und abballern ganz genau und jetzt baller diese ganze Kacke ab ey so und baller diese Duffboister ab so sehr sehr gut ey sehr sehr gut alles klar haben wir's gleich mit den Bombern oder hat er noch mehr so dann macht man hier und nein 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 raus da raus da raus da steht die scheiß Artillerie von ihm und die ach Partisanen helft mal so abschießen kacke so Partisanen schießt das alles ab das Zeug alles so die holen echt alles vom Himmel das ist so herrlich Leute das ist so herrlich die Partisanen so und jetzt mein Freund jetzt bist du dran jetzt haben wir dich haha jetzt haben wir dich Junge deine scheiß Fliegern hier so mit deinen DAF Boys oder was auch immer so mach die im Arsch da hinten so und mach das Flugzeug Flughafen im Arsch da so und den hier auch bitte das reicht langsam mit deinem Scheiß wirklich ey ich hab genug davon mach die Scheiße weg diese ganzen DAF Boys zysische Verteidiger vergiss es ey rohe Verteidiger so mach das kaputt da ey wo kommen die her so viele Einheiten so viele Einheiten das ist doch nicht wahr gut hier guck mal bitte hier hin so Leute schießt die ganzen Flugflieger einfach ab Leute und ihr schießt da drauf da los oh die Mucke im Hintergrund oh geil so wir haben die Flugfelder dann das Zeug weg oder mach mach mal die Einheiten weg ist glaube ich besser so gut mach die Kack Einheiten weg Großbritannien jetzt auf einmal doch Großbritannien warum das denn schon wieder Großbritannien so jetzt mach mal das hier weg das Zeug boah wir haben es geschafft wir haben die erledigt Leute wir haben die erledigt so geil ihr könnt mal mit hier drauf schießen oh oder oder stopp auf den da los und ihr ist bitte auf die Kacke da los die Reue verteidiger naja klar alter hat er viele Kasernen hier fünf Kasernen boah das ist schon übel das ist schon echt übel Dreidecker ja gut ihr schießt bitte auf die Flieger danke jetzt braucht er Maschinengewehre was soll das denn was zur Hölle wo kommen denn jetzt die Maschinengewehre her boah shit alles klar aber ich habe eine Mastertaktik haha ich habe eine Mastertaktik liebe Leute ähm hier Panzerabwehr ganz viel und Partisanen ganz viel so liebe Leute du geh mal bitte da hinten hin und reparier das mal alles hä so jetzt das ist meine neue Mastertaktik hier für die dann muss das reichen für da boah hoho das ist krass aber es ist machbar wie ihr seht also es ist machbar es ist halt nur anstrengend aber es ist machbar wirklich einfach wieder aufrüsten wir haben ja Zeit ach das macht Spaß das macht Spaß Leute wir müssen eigentlich nur das Ding hier im Arsch machen das Ding ach das hätte eigentlich diese Kasernen da platt machen ne eigentlich ja äh aber wozu brauche ich denn das Flugfeld das Flugfeld brauche ich nicht mehr ja dann knall die halt einfach ab wenn er es unbedingt jetzt hier versuchen will mit reinen Jägern ich baue keine Flugzeuge im Moment nicht nein dann kann die da hin und der Panzer der kann gleich mitkommen ah jetzt versucht das hier mit seinen Duffboys wieder mit den Maschinengewehren ja oh was ist das denn Granatenwerfer was war das denn Leute ein Granatenwerfer cool wo ist die Frau die ist da oh man nein ich hasse das ihr sollt produzieren habt ihr noch Partisanen in der Warteschlange ja habt ihr sehr gut machen wir noch mehr die brauche ich die sind wirklich essentiell hier Partisanen so gut die Flughafen brauche ich nicht da ihr hier unten keinen Flughafen Scheiß mehr habt weil ich ihm die hier platt gemacht habe ja sollte er nichts mehr haben und dann sollten wir gleich wenn wir wieder das Einleiten mit voll haben ja sollten wir hier die den Angriff nochmal versuchen zu starten ja so Leute der wird abgeballert aber die machen irgendwie keinen Schaden ein bisschen aufrüsten und ja Leute geht es euch gut also wie gesagt im Moment ist ja hier wieder ein bisschen Corona Action angesagt wegen den ganzen Vollidioten in Berlin und ja von wegen Corona gibt es nicht und solche Geschichten also ich weiß nicht was hier in unserem Land aktuell für keine Ahnung was es hier im Moment für Ausuferungen gibt das ist ja unfassbar Mensch Leute jetzt hört doch auf mit dem ganzen unbewacht das ist doch nervig weh die Frau dahin Mensch jetzt geh doch mal dahin so das passt so mhm oh wieder unbewacht das ist so nervig muss da immer jemanden abstellen wieder unbewacht das gibt es doch nicht ich direkt daneben stehen gut Leute da ich jetzt schon zwei Stunden aufnehme gleich werde ich mal einen kurzen Schluck Apollinaris trinken ach so gut alles klar ja ich muss morgen wieder arbeiten aber ja es ist auch schon fast Mitternacht hier ich möchte das unbedingt hier noch schaffen hier unten die Stelle ich möchte zumindest einen kleinen Fortschritt hier haben Mensch von daher werde ich gleich losgehen und die können sogar noch Partisanen bauen und hier noch so ein paar Panzerabwehrgeschichten so die kosten sogar nur ein Bevölkerungslimit das ist geil das ist echt geil Leute und äh ja wie gesagt also die Idioten in Berlin keine Ahnung ich lasse es mal lieber mit politischen Aussagen in meinen Videos wirklich weil das bringt ja nichts so bau noch mehr Partisanen bitte 92 98 dann bau noch zwei Partisanen was kommt denn da oben bitte ach so ne das ist meiner ich dachte schon ey was will er jetzt mit einem Bomber ich dachte schon aber es sind meine okay alles klar ich hab schon Angst gekriegt ey gut hier ist unsere Hauptbasis äh geht schon die haben echt alles weggeforstet unfassbar ja gut aber das Holz das brauchen wir auch hier für unsere Panzerabwehr das versucht dann jetzt wieder hier mit diesen Donut Boys Donut Boys ja keine Ahnung die haben so komische Namen hier wirklich unglaublich so so Leute da wir fast die halbe Stunde voll haben würde ich sagen lasst das mal sein ich geh nochmal los hier so Leute ich geh nochmal los und ja probier das jetzt mal das hier unten platt zu machen alles und da eine Kaserne hier drauf zu setzen ganz genau Leute gut dann schaut euch das an Leute oh oh geil oh was Bomber Bomber hat er echt Bomber hingeschickt ey unglaublich okay so aber die können sich auch selber verteilen Heidi ganz genau die haben keine Chance hier es sind einfach viele jetzt das ist einfach viel so alles klar dann einfach hier rein ohne ins Artilleriefeuer hier zu laufen so einfach weg damit so liebe Leute wir kommen durch wir kommen durch alles klar platt machen wir haben zwei Panzer dabei die können sich um die Scheiße kümmern so und platt machen los platt machen alles platt machen einfach so macht das einfach alles im Arsch hier alles im Arsch machen so Leute hä ja komm hä fatisan bleib mal hier in der in der Basis und mach mal hier Stellung halten so und hier ganze weg machen und hier hier kann ich jetzt die Frau hinschicken und eine Kaserne aufbauen ganz genau cool Leute dann haben wir auch schon unsere zweite Basis oh boah Gott sei Dank Gott sei Dank gut dann kommt die Frau gleich runter wir sind über der Zeit mal wieder aber das mache ich jetzt noch hier kommt ich baue jetzt noch hier das Ding auf und dann würde ich sagen mache ich die nächste Folge direkt im Anschluss so Leute macht doch nicht die Häuser kaputt die Kaserne im Arsch so Leute die Kaserne alle im Arsch machen so die auch damit da keine Scheiße mehr rauskommt hier so dann hier unten wo ist die Frau haben sie die abgeballert och Leute das das kann es doch jetzt nicht sein das kann es doch jetzt nicht sein wirklich nicht oh die haben die Frau abgeballert was soll denn das ey man so was versucht er jetzt hier mit seinen Bombern schießt die ab ja gut okay aber hier unten ist safe Leute hier unten ist es gesichert macht ihr mal bitte eine Linie und zwar hier links so es ist so behindert wirklich mit dem scheiß unüber unüberwachtes Gebäude ey es ist doch bescheuert ja mach mein Ding kaputt du Sack wo bleibt die Frau jetzt komm oder der Herr oder der Herr ja bau diese Kaserne auf wehe der wird abgeballert wehe der wird abgeballert von wem überhaupt von wem von wem wird der überhaupt abgeballert wir werden angegriffen hier von denen von den Kackdaft Boys da ja okay dann ach verdammt Leute wieder eine Folge mit Überlänge oder wisst ihr was Leute ey nö das wird mir zu lang äh gut Leute wenn euch diese Folge gefallen hat speichert das Ding erstmal dann ist mal doch mal gerne ein Like oder Abo da äh würde mich sehr freuen und dann würde ich sagen machen wir beim nächsten Mal weiter und ja dann würde ich sagen wünsche euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag ne tschüss tschüss